Herzlich Willkommen zum Hallendarby zwischen Rapid und der Austria. Es ist zugleich das letzte Spiel im Rahmen dieses Hallenturniers. Um den Hallensieg geht es bei diesem Spiel leider nicht mehr. Der ist bereits seit gestern fix in der Hand von Austria Magna. Aber es ist ein Darby und somit auch in der Halle ein Spiel unter besonderen Vorzeichen, ein der Ehre und letztlich auch ein Spiel möglicherweise der Revanche für die Niederlage, für die 4 zu 3 Niederlage von Rapid gegen die Austria im ersten Darby im Verlauf dieses Turniers. Es war ein Darby, da hat die Austria Rapid völlig kalt erwischt, hat vier Tore geschossen in der ersten Hälfte mit 4 zu 0 geführt und erst nach dem Seitenwechsel war Rapid stark und hat drei Tore aufgeholt. Aber letztendlich war es ein 4 zu 3 Sieg der Wiener-Austria. Die Austria beginnt interessanterweise, gute Abwehr wieder von Kuro, der für mich eindeutig bis jetzt der beste Tormann des Turniers ist. Wenn da nicht noch Gravierendes passieren sollte, wird die Chance von Rapid. Überraschend wollte ich sagen, dass, oder auch nicht überraschend, man hat versucht, Trainer Zellhofer gegen die Wiener mit Eigner und Lassnig in einer Garnitur zu spielen, aber unterlässt das gegen Rapid, das zeigt, dass man schon auch trotzt, dass man bereits als Halmsieger feststellt, kein Risiko eingehen möchte in diesem Darby und daher weiter auf die vertrauten, eingespielten Formationen setzt. Obwohl natürlich ein Zusammenspiel eigener Lassig schon für technische Gusterstücke gesorgt hat. Fiemer geht zu R.D.O. Noch einmal Lassnig. Tuell an der Bande zieht. Zwischen Katze und Lassnig, das entscheidet Lassnig für sich. Da haben wir Kafflag im Bild, hat den Vertrag verlängert bei Rapid bis 2011. Passiv. Janis Aigner gegen Tova und Tova zurück zu Helge Bayer. Katze. Katze. Kafflag. Metz und Kuro. Lassnig. Guter Schuss von Lassnig, gute Abwehr von Helge Bayer. Janis Aigner. Gersalio. Ja, trotz des bereits feststehenden und geschickt gemacht von Lassnig. Also, das war wirklich eine Klasse für sich. Lassnig hat angedeutet, hat sich eigentlich an den Rapidler angelehnt und hat sich schlank gemacht und hat den Tova typiert. Da ist er. Da wird sich der Tobel der Nacht noch ärgern. Als 1 zu 0 für die Austria. Lassnig hat das geschickt gemacht. Er ist zwar nicht der Torschütze, aber er ist verantwortlich, dass die Austria mit 1 zu 0 in Führung gegangen ist. Gersalio. So ist Gersalio auch zu seinem Tor gekommen, dank der List von Lassnig. Ich wollte zuerst sagen übrigens, dass die Halle trotz des feststehenden Hallensiegs der Austria nach wie vor sehr gut besucht ist. Nicht ausverkauft, aber fast über 8.000 Besucher hier. Pilic. Also, der bereits feststehende Hallensieg der Austria hat den Besucherantrag nicht geschadet. Kuro. Weiter Auswurf auf Aigner. Erwischt er den Ball. Ja! Er erwischt ihn. Und das Tor erzieht Wallner. Und es geht hier Schlag auf Schlag in diesem Tabi. Allerdings nur zugunsten der Wiener Austria. Wallner, der Torschütze. Zum 2 zu 0. Alle drei haben da perfekt mitgespielt. Erstens Kuro, der Aigner gesehen hat. Aigner, der den Ball mit dem letzten Schritt annehmen konnte. Und Wallner, der mitgelaufen ist. Zweimal berühren, 2 zu 0 für die Austria. Zweimal berühren für das zweite Tor. Und Zusammenstoß zwischen Aigner und Kinzler. Werner. Werner Backholt wird da mit dem Beginn dieses Hallendavis nicht allzu viel Freude an bei dem Spielstand. Und er allerdings schon auch wenn man es in dem Moment nicht so ansieht. so kann rapida den zwei toren rückstand aufholen lässt dass die austria zu also hat versucht schnell zu spielen aber es war kein austrianer vorn daher hat er den pass nach vorne unterlassen schön gemacht und sara hat das auch mit viel übersicht gemacht weitergeleitet zu billig und der anschlusstreffer jetzt von rapida ein schönes tabi spannendes tabi hier in der halle mit einer im moment 2 zu 1 führung von magna austria trojanski walner markus aigner kuru er hat ein gefühl im fuß auch der tormann sein zuspiel kommt meist präzis das ist bei torleuten eher selten oder mehr dem zufall überlassen bei ihm passiert es relativ häufig trojanski billig eigner und er wird auch schnell gespielt billig kinder billig schön gemacht von egner zahra weiner und sara und helge bayern so jetzt im gegenzug billig also bis jetzt das schnellste spiel in der halle mit dem höchsten tempo und da schauen wir noch einmal schön genommen den ball und ebenso schön abgewehrt von helge bayern also vom tempo von der spannung her sicherlich für mich die beste partie hier das heim dabei im moment zumindest bis jetzt zwischen rapida und austria so bei den teams wechseln so bei den teams wechseln moment noch mit einem tor hinten nach zahra flasnik der fall entscheidet schiedsrichter thomas steiner wie man voll anlass nicht da spricht schiedsrichter steiner klare worte mit katze möchte verhindern dass er hier mit einer blauen karte eingreifen muss so lasst nicht tor also er hat schon ein auge lassen hat gesehen dass da das eck frei war und hat ganz präzis dort hinein geschossen das war auch ein fehler von rapida muss auch helge bei aufpassen so darf man nicht stehen dass da sozusagen der freie schuss möglich ist das hat sich las nicht dieses geschenk natürlich angenommen auf der anderen seite jetzt rapid und tor basina wieder anschluss treffer geht schlag auf schlag das tor wie man ist da schon zu spät gekommen und basina der torschütze zum anschluss treffer in diesem tabi wimmer gezahltio fall von lastig katja was in yeah 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 Nachsinnah. Guter Schuss von Tober und Tor. Der Ausgleich zum 3 zu 3. Jetzt wird es wieder richtig spannend. Die Fans von Rapid haben erstmals wirklich geholfen, jetzt wieder zu jubeln. Da sehen wir den scharfen Schuss. Und dann ist Basina wieder zur Stelle. So, 3 zu 3. Man möchte natürlich kein Risiko eingehen, dass sich da ein Spieler verletzen könnte, wenn es nass geworden ist, wenn ein Spieler ausrutscht. Daher passt man da besonders drauf auf und hier sehen wir die Rapid Fans, die sich hier hervorragend präsentiert haben. Nämlich vor allem auch an dem Spieltag, als es Rapid gar nicht gut gegangen ist. Haben sie die Mannschaft nie hängen lassen. Haben auch nie den Gegner in dem Sinn mit Schmährufen bedacht, sondern die eigene Mannschaft angefeuert. Und dafür ein Kompliment an die Rapid Anhänger, die sich hier so korrekt und fair verhalten haben. Vor allem fair auch gegenüber der eigenen Mannschaft. So, Trojanski. Na ja, da sieht man, dass schon auch hart zur Sache gegangen wird. Obwohl, man muss sagen, spielerische Element ist trotz der hohen Laufbereitschaft vorhanden. Freistoß für Rapid, Foul an Pilic. Und er wird den Freistoß auch ausführen. Das ist der neue Sportdirektor Alfred Hörtnagel, neue Sportdirektor bei Rapid. Ein ganz ruhiger, fleißiger Arbeiter. Einer, so wie sich der Präsident Edlinger das wünscht. Ein Wurf für Rapid. Und Kings Tor. Und Versuch, einen Ball direkt zu haben. Haben wir den Rapid-Präsidenten kurz gehabt. So, Aigner. Aigner. Na, noch ein Hakel, geht noch eins. Und jetzt der Gegenzug von Rapid. Pilic. Quagmatz. Kulowicz. 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 Gizlo, Gizlo, Kuro, also das muss man schon auch sagen, dass sich die Austria bei Kuro, das hat auch Trainer Zellhoff in einem Interview zu verstehen gegeben, dass die Mannschaft so ausgewohnt und gut die beiden Blöcke sind, dass man sich aber bei Kuro sehr oft bedanken kann, denn der Mann ist absolut wirklich schwer zu überwinden in der Halle, ist am Boden schnell, wie er jetzt wieder gerade gezeigt hat. Fünf an Pilic von Trojanski, da kann er froh sein, dass er Schiedsrichter-Steine eben die blaue Karte nicht dafür zeigt, weil da war Pilic, hat er den Weg frei zum Tor gehabt. Tomei Baric, Austria-General-Manager. Tomei Baric, Austria-General-Manager. Dober..... Dober..... Basina..... V pedalscheck,! Gerd Zalio hat aufgepasst, Wimmer, naja, da haben sich beide nichts geschenkt, Kafflack und Wimmer, also, aber schiedsrichter Steiner, entscheidet Freistoß zugunsten der Auster. Zu spielen noch etwas mehr als eine Minute, Spielstand 3 zu 3 zwischen Auster und Rapid. Ja, man sieht, da bleibt wenig Platz zum Ballernehmen, selbst in der Halle, unterschätzt man oft, wenn man nur beim Zusehen hier das Spiel beurteilt. Ich weiß nicht, wie viel Laufarbeit, wie viel Sprints da von beiden Mannschaften gefordert sind, um sich Platz zu schaffen. Johannes Aigner, Gerd Zalio, Metz, Metz lässt sich der Steiner weiterspielen. Boisek. So, nur noch wenige Sekunden in der ersten Hälfte. Johannes Aigner, Johannes Aigner, versucht es noch mit einem Schuss und wird abgeblockt. Das ist die Pausensirene. Spielstand 3 zu 3 zwischen Austria und Rapid. Zara. Das ist die Pausensirene. Das war's, was er zu schwer. Zara. Klagmatz Kielic Knial Kielic 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 Willitsch gegen Trojanski und Eigner. Der Pande, Freistoß für Rapid. Willitsch und Tor! Die Führung für Rapid. Da schauen wir, Billitsch und Korkmaz bringt Rapid mit 4 zu 3 in Führung. Das war doch Wallner, der hier ein Eigentor fabriziert hat. Eigentor von Wallner, Roman Wallner und Rapid führt mit 4 zu 3. Nochmals der Freistoß von Billitsch. Ja, und Wallner ist es, der da unglücklicherweise aus Sicht aus den Ball ins eigene Tor lenkt. Und damit Rapid die Führung ermöglicht. Super, die. So, beide Blöcke sind jetzt wieder gewechselt. Erstmals, dass die Austria im zweiten Spielabschnitt hier in Rückstand ist im Verlauf dieses Haaren Turniers. Freistoß für Rapid Vorisek. Und Tor! Topa! Vorisek spielt auf für Topa und 5 zu 3 für Rapid. Ja, kündigt sich hier die erste Niederlage an. Super Schuss von Lasnik. Kündigt sich hier in der Halle im Verlauf dieses Stadthalenturniers die erste Niederlage an von Austria im Tabi gegen Rapid. Er war der Torschütze, nämlich Dober zum 5 zu 3. Katzer. Aber die Austria, die hat auch schon mit zwei Toren Vorsprung geführt beim 3 zu 1 und Rapid hat das aufgeholt. Also, das ist allemal auch für die Austria jetzt in der zweiten Hälfte möglich. Und das ist auch der Torschütze, der Torschütze, der Torschütze, der Torschütze, der Torschütze. Und auch bei der Torschütze, der Torschütze, der Torschütze, der Torschütze. war Stober mit einem satten Schuss auf 5 zu 3 für Rapid. Also im Moment möglicherweise die erste Niederlage für die Austria, aber es sind noch neun Minuten Netto-Spielzeit in der zweiten Hälfte zu spielen, also noch Zeit genug. Auch Rapid hat einen Zwei-Tore-Rückstand hier gegen die Austria aufholen können beim Stand von 3 zu 1 auf 3 zu 3 mit den zwei Basinatoren. Also es ist wirklich spannend, obwohl der Hallensieg ja bereits vergeben war, aber gestern bereits, nachdem der Austria noch kein Spiel verloren hat. Und Doba bekommt da von Lassnig einen Schlag ab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nirgends eine Formabsicht dabei war. Bisher die Spiele sehr fair, keine Gehässigkeiten, das würde mich wundern. Schauen wir noch einmal, da ist der Einsatz, er schlägt mit der Hand nach hinten. Und was entscheidet Schützer, ist der Steiner? Wie hat er diese Szene gesehen? Er trifft ihn natürlich, aber von einer Tätlichkeit würde ich meinen, war es doch weit entfernt. So, Spiel geht weiter. Die ersten Pfiffe, die sich hier bisher in dem Jubel in die Stadthalle mischen. Wimmer, der Spieler läuferisch und technisch auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Hoffentlich bleibt es so bis zum Schluss Basina. Über Borisek, Katz ist mitgelaufen und abgefangen hat das Johannes Aigner. Jetzt wieder Gertaglio. Johannes Aigner. Markus Aigner spielt ja in der anderen Karnitur. Magic von... Magic Markus Aigner, der von Leom verpflichtet wurde. Wimmer. Und Wimmer zum zweiten Mal. Und die Austria, die wechselt. Jetzt kommt wieder der Block mit Trojanski. Mit Weiner. Mit Markus Aigner, mit Saura. Und mit Madler aufs Paket. Und bei Rabin, Sarah, Kintzler, Kolowitz. Gabler und Herrberg, kurz Austria-Manager. Gomi Baric im Bild gehabt. Billic. Billic gegen Madler. Gorkmaz. Ja, etwas mehr als siebeneinhalb Minuten noch zu spielen. So, Aigner. Markus Aigner. Saura. Jetzt rapid über Kintzl. Billic. Kintzler, ungedeckt Kintzler. Und abgeblockt jetzt die Austria über Wallner. Er findet keinen Anspielpartner zurück zu Madl. Saura. Und Missverständnis. Sarah. Wallner hat sich da den Ball noch schnappen können. Sarah. Und das ist der Anschlusstreffer zum 5 zu 4. Jubel jetzt bei den Austria-Fans. Da hat Sarah einen Fehler an der Bade gemacht. Wallner schaut auf. Legt auf für Saura. Und der schießt das 4. Tor der Austrung. Zu spielen. Etwas weniger als 7 Minuten noch. Netto-Spielzeit. Saura. Saura. Eigner. Zurück. Zu Madl. Troyanski. kulowitz wieder saura und korkmaz so korkmaz sarah billig auf der anderen seite kinzler schuss von kinzler gute abwehr von guru jetzt billig genzler kulowitz ja da ist schon viel bewegung in diesem spiel drinnen und kinzler korkmaz und überharter einstieg von korkmaz gegen wallner und freistoß für die austrie in der bakholz scheint sich da noch über den treffer zu ärgern den dass saara verursacht hat indem er nicht konsequent an der bande gegen wallner gespielt hat hat ihm jetzt seine meinung noch gesagt aber sonst spielt der junge sarah eine recht gute halmpartie hier im dress von rapide und da gibt es aber jetzt einen zeit ausschloss und da gibt es aber jetzt einen zeitauschloss also jetzt überzahlspiel von rapide gegen die austria beim stand von fünf zu vier für die rapide könnte eine vorentscheidung möglicherweise sein in diesem halm tabi basina topa der schenke macht super war das jetzt er hat sie auch aus der drehung umgedreht gegen den war wirklich ein wunderschönes dor erneute zwei tore führung jetzt für rapid durch karlack so die australien jetzt wieder komplett der zahlio foule der ball ist so flach helge bayern ärgert sich da grün und blau vor allem grün wahrscheinlich 6 zu 5 zuerst scheint es das zuspiel von lassi viel zu weit ist zu lang aber wie man nimmt sich ein herz zieht ab und ganz flach und helge bayern kommt da nicht mehr zum ball 6 zu 5 also die partie nach wie vor auf dober war ich sag wieder tober katscher Gerzaglio, Metz, Wimmer, Lastnick, nochmal Wimmer und der verstolpert sich. Jetzt Gegenzug von Rapid über Doba und Foul von Lastnick und der Griff von Schiedsrichter, Steiner wieder zu einer blauen Karte. Ja, war möglicherweise die Grundlage seiner Entscheidung, dass hier Doba alleine Richtung Kuro gewesen wäre, unterwegs gewesen wäre. Ich glaube, das hat eben Lastnick mit diesem taktischen Foul versucht zu verhindern. Schüttelt zwar den Kopf, aber wie dem auch sei. Also wieder Unterzahlspiel von Magna Austria. Zu spielen, dreieinhalb Minuten nicht ganz und Rapid führt mit 6 zu 5. Ist allerdings jetzt, wie gesagt, nicht über. Zarkatzer, Kavlak. Zarkatzer, Kavlak, Kuro. Jetzt im Moment Powerplay von Rapid. Zarkatzer, Kavlak. Katze, Vorisek, Kinzl, nicht mehr ganz, zweieinhalb Minuten, und Tor! Zora, Pilic, zum 7 zu 5, Katze leistet die Vorarbeit, und mit dem Färscherl, Pilic, und das nächste Tor im Anschluss-Trop, also ein tolles Match, Zora, 7 zu 6. Da geht Schlag auf Schlag. Das beste Spiel im Rahmen des Hallenturniers, eindeutig das letzte Spiel, das Hallenturnier zwischen Rapid und Austria. Das hat alles vom hohen Tempo, trotz des hohen Tempos muss man fast sagen, gute spielerische Momente auf beiden Seiten, spannende Torabfolge. Und Helge Bayer, Pilic, Vorisek, Kavlak, naja, zusammengestoßen mit Trojanski, da muss er mit sowas rechnen. Und jetzt Katze, und die Chance für die Austria, Eigner, über die Bande, und Foul von Wallner an Kavlak. Eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Steiner, das hat er gesehen, hat Wallner von hinten angedrückt. Also, nicht mehr ganz eineinhalb Minuten bleibt der Austria noch, zumindest das Unentschieden zu erreichen. Lassnick, Metz bleibt hängen, aber Lassnick kommt dabei. Noch einmal vor Känzl zum Ball. Gerzalju. Wimmer. Und die letzte Spielminute, kein Spielertausch mehr. Sollte der Austria noch der Ausgleich gelingen, käme es noch zu einem Nachspiel. Denn unentschieden gibt es hier keines in der Halle, wäre ein Nachspiel notwendig. Und da hat die Austria, wie gesagt, noch eine Minute Zeit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Lassnick. Lassnick. Und Vf von Kockmatz an Lassnick. Also, eine ähnliche Situation wie vor wenigen Augenblicken, abermals Freistoß für die Austria, abermals Lassnick beim Ball. 51 Sekunden sind noch zu spielen. Letzten Anweisungen noch für Parkholt. Dürfte irgendwas übersehen haben. Aber gedeckt ist alles da drinnen. So, Lassnick. Und Bayer. Einwurf für die Austria über Gerzalju. Johannes Aigner. Kockmatz klärt. Kinzloh. Bilic. Kinzloh. Kinzloh. Noch 35 Sekunden. Die Austria jetzt. Ja, Schuss von Metz. Und da ärgert sich Lassnick, dass er ihn nicht gesehen hat. Er wäre in der besseren Position gewesen. Und er packt schon zusammen, Dirk Zellhofer. Noch hat die Austria die Chance. Fast eine halbe Minute noch zu spät. Auswurf von Bayer zu Bilic. Katzer. 20 Sekunden noch. Katzer. Und die Austria die letzte Chance jetzt vielleicht. 13, 12 Sekunden noch. Lassnick. Fünf Sekunden. Und der Davi-Sieg. Fest. Und der Davi-Sieger. Das ist Rapid.